Also, Todd, was für ein Film hast du geholt? Oh, es ist ein Klassiker. Rückkehr der wahnsinnigen Zombie-Piraten aus der Hölle Teil 3. Wow, das war ereignisreich. Was nun? Wäre es nicht lustig, wenn wir in die Hölle könnten? Aber wie sollen wir rausfinden, wie wir da hinkommen? Wäre es nicht lustig, wie wir da hinkommen? Wäre es nicht lustig, wie wir da hinkommen? Broccoli! Wäre es nicht lustig, wie wir da hinkommen? Broccoli! Oh! Heilige Sockenpuppe in einer Wurstfabrik! Das ist also die Hölle. Was für ein Ort! Um... Okay... Hey, was machst du da? Hör auf damit! Stopp! Oh, scheiße! Hey, lasst uns was essen! Ja, danke! Wir würden gerne die Karte sehen! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Oh! 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 Hey, guckt mal. Unsere persönlichen Höllen. Immer Touristen. Niemals heiße Frauen. Ich bin Lucifer, Fürst der Finsternis. Können wir dich Lucy nennen? Nein. Und jetzt folgt mir zu eurer persönlichen Hölle. Hey, Matt. Hey, Matt. Hey, Matt. Hey, Matt. Hey, Matt. Was geht? Hey, ich bin ein Schwarzer. Moment, ich bin kein Rassist. Aus dem Weltall. Sunshine Lollipops. Sunshine Lollipops. Sunshine. Sunshine Lollipops. Nein. Vergess nicht, den Souvenirladen zu besuchen. Bye-bye. Bis dann. Danke fürs Kommen. Ich seh dich in 6 Monaten. Warte. Was? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.